wieso krieg ich das eigentlich auf englisch da fangen wir heute mal an herrteilen ozeane hallo und herzlich willkommen aus ladizockt und einem weiteren erdkunde quiz wir spielen wieder auf zetera von georgäser georgäser.com also wir machen nicht lange rum wir fangen an passiert ein schnelles gliss glaube ich weil wir suchen nur das center da oben hinter statischen status leichte gesucht wird welt kontinente und ozeane so klein wenig zum auffuschen jetzt fangen wir an klicke auf arktischer ozean also das ist da unten nein halt mal der südpolarmeer das ist der arktische ozean klicke auf antarktika das ist das da unten klicke auf atlantischer ozean das ist der in der mitte klicke auf südpolarmeer also ist das da unten haben wir gerade eben sogar südamerika ist eigentlich einfacher was ist das unter amerika südamerika halt indischer ozean indischer ozean ist immer gut zu merken da ist indien dann ist das der indische ozean klicke auf asien das ist das da russland bongolai indien china das ist alles asien nordamerika das ist das ganze nordamerika komische wie sagt grönland dazu vom land her gehört zu nordamerika von der politischen dinge her gehört zu dänemark deutsland australien ist einfach das ist das da unten das sind kontinente da ist neuseeland mit dabei afrika ist gesucht das ist einfach europa kennen wir auch aber wenn europa nicht kennt hat verloren was fehlt noch pazifischer ozean der letzte ozean also a ist in die mindisch ist bei indien und andere ich stehe hat der sauerstoffmangel ist unglaublich also das hätte man gelöst auch kann man locker wieder ins studio schalten das war einfach aber eben das ist der anfang für der absolute einstieg für die welt mal was da noch kommen wird nach unten also zügig geld 20 stadt und nun ja länder der welt und nach unten aus so einfach bitts nicht also bis die tage es kann auch das video gefallen hat was gerne einen daumen nach oben da was sieht dann so und ansonsten bleibt wie ihr seid habt spaß geniesst euer leben ich suchte knopf klar die sagt tschüss bis zu einem nächsten quiz über die welt und dann schauen wir mal was da noch kommt da kommen wir noch ab die gesamte also tschüssi 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 tschüssi